So eine Kombination aus allem ist halt diese Athletik, aber auch das Künstlerische und Kreative. Unsere Teamarbeit haben. Mit der Musik zusammen können wir etwas erreichen. Und das Besondere für mich am Synchronschwimmen ist die Kombination von verschiedenen Talenten. Uns ist es Gymnastik. Man hat halt alles zusammen und es wird alles zusammen in eine Sportart gepackt. Vielen Dank.